Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ghost Recon Breakpoint. Wir verfolgen jetzt den Praktionsansatz für Mats Schulz und wir sollen hier diesen Summershof erreichen. Der ja gleich da vorne ist, nur noch 200 Meter. Das sind natürlich wieder Feinde. Boah, da haben die ihn hier gemacht. So, hat er nur davon. Ach, mir fällt gerade ein, im letzten Part habe ich auf einer Eternity Einrichtung vergesst, ich habe es einen Gegenabsoluten. Naja, okay, gut. Sentinel greift den Hof des Summers an. So, das heißt also im Klartext, ich soll alle Gegner platt machen. Das heißt also, wir haben jetzt einen Bericht. Ich habe überlegt, ich glaube, ich habe nicht gesehen. Da kommt! Da kommt Freunde! Da kommt Freunde! Das ist eine schwere Einheit. Ja. Oh, oh. Ey, mit Granaten werfen, das kann ich auch. Du bist tot, hörst du? Halte die Einzelne zurück, höchst das Gebiet! So. Wo sind jetzt die anderen da hinten? Hm. Hä? Hä? Ach, kacke. Okay, gut. Halte die, halte die Position! Schützt das Gebiet! Halte durch! Körper kommt lebensamt euch vorbei! Also eins wurde mich, der Typ, den hat es hier nicht zerlegt, obwohl jetzt drei Granaten direkt beim Fenster hier hochgegangen sind. Sehr glaubhaft. Geht es in gut? Sie haben sie mitgenommen. Kyle, Emmett und die anderen, die da waren. Sie haben sie in einen Truck geladen und sind losgefahren. Okay, kommen sie. Ich bringe sie nach Arrow 1. Oh Gott, muss ich die auch noch exekutieren? Okay. Okay, aber jetzt würde ich mir noch mal ein bisschen Infos hier und Loot holen. So, Aerobon ist 3,7 Meter. Dann setzen wir uns hier in den Hubschrauber. Kann ich hier noch die Munition mitnehmen? Nee. Weil das Ziel ja nicht runterfällt. Haben Sie sie umgebracht? Sind meine Jungs drin? Wenn Sie sie hätten töten wollen, hätten Sie es gleich getan. Wissen Sie, wohin sie gebracht wurden? Nein. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Warum die beiden? Wir haben auf eine Liste getrunken und uns dann getrennt. Das ergibt keinen Sinn. Ja. 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 Das werden wir beide. Gerade fällt mir noch ein. Als sie uns getrennt haben, hat ein Soldat auf mich gezeigt und Typ 2 gesagt. Das hat sicher nichts zu bedeuten, aber ich habe Diabetes Typ 2. Nein. Das kann nicht der Grund sein, warum sie uns nicht mitgenommen haben, oder? Das ergibt doch keinen Sinn. Momentan können wir nichts ausschließen. Eine bessere Theorie habe ich auch nicht. Es ist schlimm für mich hier zu sein, während meine Jungs Gott weiß, wo sie sind. Ja. Die Familie ist in den Staaten. Sie wissen auch nicht, ob ich noch lebe. Das Leben ist hart. Was? Leila. Schön, dich unversehrt zu sehen. Wo sind denn die Jungs? Sie... Haben sie mitgenommen? Wir wissen nicht wohin, aber wir werden sie finden. Mads, die hatten eine Namensliste. Manche haben sie mitgenommen, andere nicht. Und warum? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ahnen lässt. Glauben sie mir. Ich meine, die waren viele hier. Nein. Wir wissen nur. Na. Warte mal. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich will ja die ganzen Fraktionseinsätze genauso spielen, wie ich das mit der, wie heißt ich ja nochmal, die, ja mit der Ito gespielt habe. Da will ich auch die und die alle spielen, also alle komplett spielen, auch die Nebeneinsätze will ich spielen. Aber ich will jetzt erst einmal mit Matt Schulz hier bis zum Ende durchziehen, so wie bei ihr und danach dann mal um Kyle Chisholm kümmern und auch dazwischen dann auch nochmal ein Part mit Nebeneinsätzen machen. No Matt, wir haben einen Grund anzustoßen. Was gibt's zu feiern? Kyle ist wieder da. Er ist etwas mitgenommen, aber er lebt und ist frei. Hey Nomad. Der Teufelskerl hat sich befreit. Diese Summers-Gene sind unübertrefflich. Hey Mann. Wohin wurden sie gebracht? In irgendein Labor im Krankenhaus von Aurora. Aber Emmett, er ist immer noch da. Meinen Sie Emmett würde reden? Sentinel von Arrow 1 erzählen? Bevor er zu Layla und Kyle gezogen ist, war Emmett einer von Skelts Anwälten. Er wurde entlassen und durch einen Computer ersetzt. Er ist nicht gerade abgehärtet. Er wird nicht reden. Ich sag's euch. Niemals. Schon gut, Junge. Entspann dich. Du hast viel durchgemacht, oder? Ruhe dich erstmal aus. Wir kümmern uns um alles. Können Sie unseren Anwalt da rausholen? Ich seh' mir das Labor mal an. Und hole Emmett zurück. Okay. Bevor mein Vater starb, hatte meine Augenwand. Äh, Aurora Krankenhaus. Da war ich doch schon. So, wo war denn? Das ist eigentlich nochmal das Aurora Krankenhaus. Na ja, hier. Ja. Gut. Das dichteste Biwak ist... Ja, das hier, ne? Man, wenn man das alles vorher so wüsste, da würde man natürlich alles so spielen, dass man in, äh, da zum Beispiel jetzt an einem Ort, so wie das Krankenhaus geht und dann gleich alles auf einen Schlag erledigen. Ja. Na. Aber man weiß das ja leider vorher nicht. Hm. Warte mal. Oh ja. Jetzt probieren wir das nochmal mit einem Fallschirm. Ach, geht von hier gar nicht. Na, vielleicht noch ein bisschen dichter ran. Ja, toll, super. Das war jetzt voll der Bringer. Ach, ich bin auch blöd. Ich hätte doch einen Hubschrauber ordern können. Warte mal. Ich hab das auch jetzt hier mit der Drohne. Da gibt's auch jetzt 40% EP Gewinn. Sind das jetzt Feinde? Ja. Wir haben aber leider keinen Fahrbahnuntersatz dabei. Wie sind die denn hierher gekommen? Bei mir ist alles sauber. Ja, bei mir hier ist auch alles sauber. Scheiße. Scheiße. Ja. So. So. Warte mal. Was haben wir denn jetzt hier alles? Mach das keinen weg. So. So. Warte mal. So haben wir den jetzt hier an. Das kann auch weg. Ach kann ich auch nicht zu lügen. So haben wir nicht alles so. Ja, warte mal. Okay, die reicht gut. Das ist Scharfschützengewehr. Handhabung ist gleich, aber die Reichweite ist geringer. Mobilität ist besser, Rückstoß ist auch geringer. Ach was, komm hier weg damit. Ich habe das gar nicht drauf geachtet, als ich die beiden Typen umgedehlt habe, wieviel Punkt ich da jetzt schon bekommen habe. Jetzt bin ich hier wieder beim Krankenhaus. Alle Gegner, die ich umgedehlt habe, sind jetzt wieder da. Da ist wieder der eine Scharfschütze. Und waren wir noch zwei Scharfschützen. Ah ja, hier ist der andere. Ja, im Grunde genommen, wenn ich erstmal den Ort wieder finden würde. Und äh, ja das war hier drüben. Glaub ich. Warte mal, ich bin ja auf das Dach rauf. Und dann bin ich ja hier raufge... Ja, irgendwie von hier drüben war das. So ein Holzversprung und dann bin ich mit dem Fallschirm auf das Dach rauf. Und dann bin ich von oben hier rein. Ich habe vorher erstmal die Typen umgedehlt mit dem Scharfschützengewehr. Ja gut, hopps. Gut. Dann gehen wir auch mal mit. Ah, da ist eine blöde Drohne denn. Warte mal. Ich dachte immer, da steht einer. Gut, jetzt können wir es doch einfach mal nochmal auf die... Da oben, ja genau, von dort oben da. Von dort. Da renne ich jetzt einfach hin und dann machen wir es einfach wieder genau wie das letzte Mal. Wie gesagt, wenn man immer schon vorher wüsste, wann mal wohin muss, dann würde man ja bei allen Missionen das so spielen. Soweit die ganzen einzelne Missionen vorantreiben. Das ist bei jeder Mission, die hier im Aurora Krankenhaus zu erledigen ist. Oder überhaupt an irgendeinem anderen Ort im Spiel. Ist das scheißegal. Dass man jede Mission da so spielt und dass man dann einmal hingeht und dann alles erledigt und dann ist gut. Alles klar. Das letzte Mal hat das ja auch so wunderbar geklappt. Das letzte Mal war es aber auch Tag. Alles klar. Okay, jetzt muss nur noch der Knüchler mal irgendwo stehen bleiben. Ja, es bleibt ja mitten hinter dem Gebäude stehen. Subi. Gut, dann können wir nochmal nachladen. Wir können es auch anders machen. Oh nein. Oh. Fuck. Ah. 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 Verdammt. Verdammt. Das ist jetzt. Wer verdammt sind Sie? Was ist denn? Ah. Shit. So, warte mal. Die Belegschaft oder die Belegschaft müssen Informationen darüber haben. So, jetzt. Ähm. Was machen Sie hier? Oh. Gut. Die haben keine Infos. Oh Gott. Hey. Nicht schießen. Oh Gott. Hey. Nicht schießen. Oh. Oh. So, ist das dein Eingang? Komme ich da rein? Die ist nur eine Glasscheibe, ne? Na nun regt euch ab, kommt mal wieder runter. Ja, hier komme ich doch rein, wunderbar. So, warte mal, jetzt machen wir mal wieder. Okay, jetzt gehen wir mal wieder nach unten. Hm? Okay. Im dritten Stock festgehalten. Okay. Nein, Quark, Treppe. Gut. Dann bin ich ja hier schon mal auf der richtigen Seite. Okay. Okay, öffnen Sie die Labortür. Ähm. Gut. Emmett. Emmett. Nein! Nicht! Nicht reinkommen. Sie werden sich nur anstecken. Mich anstecken? Womit? Ich spritze. Wir haben uns was gespritzt. Es frisst mich auf. Eine Krankheit. Wir haben etwas erschaffen. Und uns angesteckt. Uns? Kai. Hören Sie. Ließen die ihn gehen oder ist er entkommen? Er durfte gehen. Er durfte gehen. Sie müssen ihn aufhalten. Er darf nicht zurück nach Erewhon. Er wird alle anstecken. Zu spät. Verstoppen Sie ihn. Bitte. Emmett. Er ist schon da. Wir müssen doch irgendwas tun können. Ich bin schon tot. Alter was ist das für eine krankheit? Sie müssen aufhalten. Das ist... Leila, bitte. Leila. Scheiße. Öffnen Sie die Labortür, dass es abgibt. Ich muss Arrow 1 anfangen. Die Selbstversorger sind in Gefahr. Sie müssen schnell informiert werden. Und auf dem Dach des Gebäudes gibt es eine Antenne. Okay. Okay. So, warte mal jetzt. Gut, hier oben auf dem Dach, die beiden Scharfschützen sind ja schon erledigt. Nomad und Arrow 1, bitte kommen. Over. Nomad, hier Arrow 1. Ich höre, over. Kyle ist nicht entkommen. Coleman hat ihn gehen lassen. Er ist mit irgendetwas infiziert. Sie wusste, er würde nach Arrow 1 fliehen. Oh mein Gott, er ist ein trojanisches Pferd. Schulz, er muss in Quarantäne. Sofort! Wer macht denn so etwas? Mats. Isolieren Sie ihn, so schnell wie möglich. Das werden wir. Und Sie suchen nach einer Lösung. Ich werde tun, was ich kann. Okay. Finden Sie im Krankenhaus versteckte Aufklärungsdaten. Central hat den Funkspruch registriert. Sie greifen bald das Krankenhaus an. Das sollte auf dem Plan des Aurora Krankenhauses verzeichnet sein. Ach du Scheiße. Gut, ich beende jetzt hier den Part. Ich danke mich für das Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.